Kokospromenade und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart Wii Let's Play, äh, Worldwide und, jo. Ich glaube ich hab ein bisschen falsch gesagt, ne, sagen wir es mal so, ich hab glaube ich falsche Begrüßungen gemacht. Ist auch mal was Neues, dass ich ein bisschen mich vertue. Und zu Gast ist heute wieder der Dragon und der Speed, nochmals. Ja, nice, ne. Weil ich, weil ich halt so viele Texturen hab, ich weiß gar nicht, so nicht. Ich glaube beide Texturen laden laut Ultra, ich hab nicht viel. Ich hab keine Charakter, Charaktertexturen. Ja, ich hab eigentlich nur Luigi. Ja, Leute, manche Leute haben ja schon rausgefunden, von wo man die, äh, hier, wo ich die Luigi-Textur hab. Achso, äh, Player-Hack, achso, Player, äh, zweitmal wieder. Ja, ich weiß. Äh, Leute wirklich, wann man den überhaupt, also wenn überhaupt hier einen Mod gucken würde. Oder er verbreitet, verbreitet halt, wie du das, ja, weil der trollt einen, halt, wenn man dann, ich weiß ja auch nicht, ob hier echt ein Ruf drin ist, aber... Alter, 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 geht's dir doch gut? Der hat mich auch noch auf einmal getroht. Der, du hast ja meinen Abschnitt davon gesehen. Ja! W-w-wieso? Danke, Speedy, also echt, danke. Der ist auch voll nicht geklaut, dein Arme. Hab ich auch schon mal gesagt. Also ganz, ganz. Oh mein Gott, ich hasse diese Rolltreppen. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen! Gerne, die Sponsor-Folge. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Euer Blushep! Blushep! Ach du Scheiße, das ist ganz groß und scheiße, was mich anlässt, dann wird er gleich wieder. Ja. Ja. Na, hat die Blushka, mich im Arschrecken, weil ich, Digga, das ist ein Turbosprall. Turbospralltreppen, das ist ein Turbosprall. Scheiße, dass man die nicht dodgen kann, mit dem Turbosprall. Das wäre eigentlich cool, wenn man das mal reinmachen würde. Das könnte man irgendwie mal nicht mal mit, äh, mit dem Stodgen. Aber ein Turbosprall wäre cool, wenn man die dodgen könnte. Geht auch. Das hat mal eben irgendwie einer geschaffen. Irgendeiner, irgendwann irgendwie... Nein, irgendwie hat... Also einer hat mal so viel gemacht, weil er jetzt irgendwie auch geschaffen hat. Und hier kommt der Megatyp. Ach so, jetzt, da kommt gleich wieder der... Ja. Dankeschön, dass du uns vorwarnst. Ich hasse diesen Typen. Ja, ich sag einfach immer einfach alles, was er immer macht. Also, er... Blushka! Oh, nice! Es kommt keine Blushka. Ich mein, jetzt ist das ein Blushka. Der Schock war gut, ja. Für mich auch. Ich weiß nicht, dass du keine Blushka mehr verheirrst. Ach so, er war schon soft, der Soft-Feld. Er kann nicht mal im Arsch. Hä? Ja, du hast immer Pils, wenn ich den T-C-R-B. Guck euch diesen... Ich hasse diese... Ja! Ich hab zum Glück noch diesen Mushroom gehabt, ey. Boah! Ich hasse diesen T-C-T-Rack. Der ist so... Alter. Ähm, und auch gerade hat versucht... Hat er geklärt, diese Player und diese Player... Und blablabla. Ähm... Versuch sie noch, mich zur... Ausprobieren zu ramben, aber... Schönen. Später, später hatte bestimmt nur noch ein VR, ne? Das hab ich wirklich einmal versuch... Also, ich hab einfach mal... War einfach mal so hobbylos... Und wollte einfach mal ein VR haben... Aber ich hab nicht gehackt, sondern... Ich hab keinen, äh... Punkte-Hack gehabt, sondern ich wollte... Will... Wollte die ganze Zeit letzter werden... So, dass ich nur noch einen Punkt hatte. Und, hat's geklappt? Ja, hab ich dann einmal gehabt, ja. Das ist ein Wanderfuss. Bis dann, wird gleich. Ja, Grumble-Vocano. Die nächste Strecke für heute. Yes! Freuen wir uns noch drauf. Und Leute, ich hätte... Alter, geht gleich glitschen, ne? Also, ja, wir haben gleich Poof... Wenn gleich ein Anamys schmitten. Ja, da glitschen gleich. Und aufs Kurs. Ich glaub, aber er ist wie die Glitsch. Ja. Nice. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Diejenigen Glitschen... ...pads auch für diesen Scheiß. Yes. Zwei Shrooms. Auf eins. Ja, der Glitsch. Panther, viel Spaß bei ihm. Ey, du wirst nicht mehr... Du wirst nicht lecker eins sein. Dann weißt du, wer hinter dir ist? Nämlich die Blue Shell. Blue Shell mit nach 27 Sekunden der Blue Shell. Auf jeden Fall. Ach, scheiße. Schade, ich hatte... Ich habe den Rockhoff geschafft. Ich bin gar nicht. Das ist so schlecht, ne? Dieser Trick da. Meinst du, meinst du den Rockhoff? Ja. Nee, so. Ach, was macht denn Speedy da? Was hat der Speedy gerade gemacht? Nice. Du hast einfach mal hinter mir getrollt. Wie ist... Oh. Vielleicht mal versucht, das zu trollen. Wenn man das auch mal weiß, wie es sich abfüllt, oder? Nein. Nee. Oh, ich hole auf. Ich kann dafür... Nein. Ich fahr nicht. Ja, Player wollte mich schon wieder zurück. Der hackt da auch irgendwie, ne? Hackt der oder nicht? Nein, der hackt nicht. Klapp schon. Wie ist... Lol. 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 Ich habe gerade einen Bank herausgefunden. Ich habe es gerade geschafft, durch den Boden durchzufliegen. Ich bin gar nicht durch den Boden durchzufliegen. Lucia. Er ist so, irgendwie komme ich auch nicht weit wie vorwärts. Wie hat... Alter, warum bist du nicht erster Speed? Hallo, mein Mann. Oh. Alter, wir sind aber übergedacht... Boah, was für ein Mastkampf, ey. Hä? Hä? Wieso bin ich jetzt Zweiter? ABSB wurde offiziell. Wieso war ich jetzt... Ich war doch gerade Dritter. Ich war gerade Vierter. Naja, egal. Ich glaube, manche haben den... Cool. Nun gut, dann bis gleich. Bis gleich. Yo, nice. Varius Goldmine, jawolloh. Und, ja, das letzte Rennen für heute. Yes. Money, 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 Varius Goldmine. Okay. Das ist wie funny. Yes. Ich mag mein Rainbow Road. Money, money, money. Bist du noch da, Dragon? Ja. Okay, wir haben gerade Ultrasound-Probleme. Also, Speed hat gerade interne Probleme. Oder... Naja. Kann ich nichts machen. Ja. Nee. Oder... Ja. Egal. Ich könnte erst mal fast... Nein. Böse mal... Ich hasse diesen Arschloch. Mich trollst du nicht. Doch, hat er. Hallo. Und los. Aber er hackt, muss ich sagen. Er hat viel zu viele Sterne. Und er hat schon wieder nur... Er hat schon wieder... Nein, das ist... Er hackt. Er hat Bullet und Stern nur. Nichts anderes hat er. Er hat kein... Er hat nichts anderes. Er hackt. Er muss hacken. Guck dir an, wie lange der Bullet hält bei ihm. Das ist normal. Er hat immer 10 Sekunden. Das würde mich mal gerne interessieren. Wie lange so ein Bullet hält. Nein, schade. Ich dachte, ich könnte gerade die Wii-Ace-Welt nehmen. Ich habe es immer trainiert, aber ich habe es... Aber ich kann es nicht perfekt. Nein. Hast du gerade beim grünen Stern oder warst du gerade backen? Ich hatte gerade einen Stern. Ach so, gut. Dann war es normal. Aber das war gerade random. Dass ich gerade mega durchgespielt habe. Egal. Der Marvel, der ist irgendwie total komisch. Ja. Naja. Money, money, money. It's me, Mario. It's me, Mario. Okay, der stößt mich auch noch runter. Mario, bleib cool. Okay, der hat wieder einen Bullet. Also siehst du viel zu viele Bullets. Von daher, der ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. What the fuck? Ich habe gerade... Egal. Ich weiß nicht, wenn man es halt so scheiße war. Der hat gerade eben... Der hat gerade Impulet... Der hat gerade... Vor allem, das ist der erste Schock in dieser Runde, der gerade gekommen ist. Kein anderer Schock ist gekommen. Von daher, er hackt. Er müsste schon den zweiten Schock haben. Egal. Ich weiß nicht, wenn man das so scheiße ist. Ich finde, man sieht aus. Danke! Wegen Ihnen bin ich Zweiter geworden. Jawohl! Vielen, vielen Dank. Voll nett, ne? Aber der hat auch voll die gute Connection. Der laggt überhaupt gar nicht, der Mario. Der hat für alle eine richtig gute Connection. Ich glaube, er ist auch Host. Ja, und ich denke auch, ganz ehrlich. Leider. Na gut, ja. Mit diesen Worten und so. Und mit dem Video. Und dann verabschieden wir uns einfach mal, würde ich sagen. Dankeschön für das Zufall. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt auch einen Veränderung nach oben. Und, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke schön fürs Zuschauen. Und wiedersehen. Tschüss, Gossi. Aus NRW. Bis bald. Hallo. Hallo. Genau.